Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Heute wieder im Solo-Modus. Wir machen die Führung des Herolds fertig. Also machen wir hier mal die Tür auf. Und, ähm, Saora Vyas, der Alte und Aufgestiegene, ist ein drachenartiges Ritualmonster mit einem ganz speziellen Effekt. Wenn dein Gegner den Effekt oder eine Karte aktiviert, die ein Monster angreift, das du kontrollierst, kannst du diese Karte abwerfen, um die Aktivierung zu annullieren. Selbst wenn du denkst, dein Gegner hat keine feenartigen Monster mehr in der Hand, können sie immer noch irgendwie deine Effekte negieren. Pass also gut auf. Okay. Ich möchte aber nicht, dass meine Effekte negiert werden. Was soll denn das? Ah, das ist eine Artefaktkarte. Oh mein Gott, okay. Das ist ein Artefaktdeck. Du kannst diese Karte als Zauberkarte von deiner Hand in deine Zauber- und Fallenzone setzen. Während des Spielzugs deines Gegners, falls diese gesetzte Karte in Zauber- und Fallenzone zerstört erfügt. Während des Spielzugs deines Gegners, Schnelleffekt. Du kannst diese Karte von deiner Hand oder offen von deiner Spielfeldseite als Tribut anbieten. Für den Rest dieses Spielzugs kann kein Spieler Karten verbannen. Füge deiner Hand in eine Ritualzauber von deinem Deck hinzu. Keine Karten verbannen. Ja, okay, aber hier wird ja nichts verbannt. Er holt sich erstmal den Herold. Okay. Kriege ich Artefakt-Sensor auch? Okay, das ist zweimal dieselbe. Falls du ein Artefaktmonster in deinem Deck hast... Falls du ein Artefaktmonster in deinem Deck hast... Seit wann gibt es denn solche Bedingungen? Was zur Hölle? Wähle eine Zauber- und Fallenkarte auf dem Spielfeld, zerstöre das gewählte Ziel und falls du dies tust, setze ein Artefaktmonster von deinem Deck als Zauber in die Fallen... Falls diese Karte, die ihrem Besitzer gehört, eine Karte... ...wird der Gegner überspringt seine Nächste... Okay. Okay, erstmal nicht, dass es eine Infinite Permanence ist, die da liegt. Obwohl, die könnte er jetzt ähnlich aktivieren. Ich überlege gerade, ob das Sinn macht, die auch noch zu aktivieren, weil ich dann zwei beschwöre. Okay, also wird in die Zauber- und Fallenkarte gesetzt. Während des Spielfeldes des Gegners, falls diese Karte in die Zauber- und Fallenkarte zerstört... Okay, die wird nur getriggert, wenn sie zerstört wird. Okay. Oh, ältestes Besen. Die sind immer so, dass wenn sie zerstört sind, kann das sein. Artefakt Sense. Also Artefakt Sense ist auf jeden Fall auch hier drin. ...während des Spielfeldes deines Gegners. Während des Spielfeldes deines Gegners. Du kannst diese Karte als Zauber... ...während des Spielfeldes deines Gegners, falls diese gesetzte Karte in die Zauber fallen kann... ...gelegt wird, beschwöre als Spezialbeschwörung, falls diese Karte während des Spielfeldes deines Gegners... ...gegner kommt für den Rest des Spielfeldes, du wirst keine Monster als Spezialbeschwörung vom Extra Deck beschwören. Ah ja, ich sehe schon. Ich weiß nicht, ob das hier dran so detrimental ist, aber die Karte ist recht stark. Warte mal, was? Ihr seid alle Spellkarten? Ich kann euch nicht beschwören. Ja, du hast keinen Schnelleffekt, oder? Nope. Ist das derselbe Effekt? Okay. So, ich kann die Karte benutzen, um eine meiner eigenen Karten zu zerstören. Aber halt erst in seinem Spielzug. Jetzt kann ich das machen. Wir poppen Artefakt-Side. Artefakt-Sense. Jetzt setzen wir aber noch eine Artefakt-Sense. Jetzt kommt Artefakt-Sense's Effekt vom Fray-Viard, oder? Oder... Oder... Ja. Ähm. Okay, schade. Er hat einfach Artefakt-Sense annulliert. Okay. Weil wir mit dem angreifen. Machen wir einfach Ruf der Gejagten. Ich krieg den auch so aufs Feld. Der hat 2200 ADK. Den will ich auf jeden Fall hier haben. Der ist stark. Oh. Interessant. Funktioniert das auch, wenn der so spezialbesporen wird, oder was? Ach so! Die brauchen alle ein Opfer! Im Allgemeinen spezialbesporen werden spezialbesporen. Okay, also jetzt mal ganz ehrlich. Solange ich nicht meine eigenen Karten wieder zerstöre, krieg ich ja eh keine weiteren in Graveyard. Außer ich schmeiß den anderen einfach ins Graveyard. Aber ich hab aktuell nichts um ihn wieder rauszusammen daraus. Wollt ihr vielleicht noch ein zweites Ruf der Gejagten oder so? Also das Deck an sich, das Artefakt-Deck scheint echt nicht wirklich gut zu sein. So als pur Artefakt. Oh cool, der Herold. Legen wir den einfach mal in den Friedhof. Einfach nur, damit ich ein Target habe. Ah ne, also. Damit beschwöre ich jetzt einfach noch ein zweites Artefakt-Zense. Und dieses Mal negate das vielleicht nochmal, aber wenn er das tut, dann tut das halt. Ich kann nicht wirklich was dagegen tun. Warte mal. Wir zerstören das hier, weil damit darf ich ein offenes Monster... Ach warte, das ist ja verdeckt. Ich bin ein Vollidiot. Er ist noch am stärksten. Ja, der da ist. Von mir aus noch eins. Ein offenes Monster, aber der Gegner hat ja gar keine offene Monster, die sind alle verdächtig. Okay. 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 Ich kann ihm da so die Hand zurückgeben. Ach so, Rang 4. Okay. Das ist ne Artefaktkarte. Alexander Alexander So gut kommt mir das nicht vor Alexander nächstes Sog Alexander Okay, was macht das Artefakt? Das klingt doch gut. Das ist etwas, was ich beschwören werde. Okay, das ist ein schnelles Effekt. Weil der Effekt von dem Teil ermöglicht es mir ja, Monster... Weil ich will ja meine... Zerstören, das ist ja mein Ziel. Oh, scheiße. Das war meine größte Angst. Er hat mich noch mal verteidigen, das Spiel. Okay. Jetzt kann er aber, glaube ich, alles in den Gegenden, kann das sein? Oh. Oh. Dafür braucht mein Gegner auch eine. Er hat 3000 Def, also komme ich mit irgendwie nichts drüber. Shit. Zumindest hat er nicht mehr so viel an Kahn. Oh. Nein. Er greift einfach mit dem an. Er hat nicht angegriffen. Er hat ihn nur in Angriff gedreht. Was? Na gut, also wenn es danach geht... Das war zwar jetzt nicht unbedingt die schlauste Idee, aber ich kriege ihn weg. Und genau deswegen hat es sich gelohnt. Ich habe ein zweites Rufdeck gejagt und das ist super. Dann kann ich mir gleich wieder in 2. noch einmal. Klar negated ist nicht. Obwohl bleibt ich nur alt sauber? Nein, wahrscheinlich nicht. Nee. Jetzt ist aber der Schwächere. Depport oder würde ich nicht mehr meint uns da rüber? Macht er den damit wieder kaputt? Ja, macht er. Okay. Ja, von mir aus. Du hast jetzt nur noch eine Karte auf deiner Hand. Okay, aktivieren wir Ritual-Vorvorbereiter. Warte mal, ich hab den mit 6, also ja, das da. Ach so. Eigentlich hätte ich mir den anderen auch nehmen können. Das hab ich ja noch nie gemacht. Er hat 2800. Ich muss über diesen Wert drüber kommen, oder? Also, ich geb das gewählte Ziel auf die Hand zurück. Okay. Hier holt er Vollkommenheit. Okay. Okay. Ich kann... Ah ja, stimmt. Ich habe jetzt sogar mehrere Novi-Move-Tools. Ich aktiviere Ruf der Geagten. Hol mir, ähm... Genau. Hol mir die Art, das Artefakt. Ich nutze seinen Effekt und zerstöre seinen Herold. Und ja, jetzt ist sein Herold weg. Ritual-Vorvorbereiter. Äh, wen muss ich dafür nutzen? Da kommt's... Gemeinsam zwölf oder mehr entspricht. Also kann ich auch drei Fünfer nutzen. Oder... Sechs... Fünf... Fünf... Der hat aber eh nicht mehr... ...hatte gern. Ah. Den Segen des Herolds besiegt. So schaut's aus. Okay. Okay, hier gab's ne Karte, oder? Yup. Äh... Herold. Ich frage mal kurz das Symbol auf, was ich kriege. Feenmonster wie der Agent. Monster, die zum Friedhof gesendet werden, um Herolds Monster-Effekte zu aktivieren, können nützlich für Spezialbeschwörungen von Meister Hyperion... Hyperion verwendet werden und ihre Effekte zur Zerstörung von Karten verwenden. Warte nicht zu lange mit dem Angriff auf die Herold-Monster deiner Gegner, sonst entscheiden sie das Duell zu ihrem Günsten. Okay... Okay... Weder rein... Oh, Ben-Ten! Cybertrache? Ritual-Zauberkarte oder Ritual-Monster Drytron Ich spiel Drytron Ich spiel freaking Drytron Okay, Cyber-Notfall Ich spiel freaking Drytron Okay, wie funktionierst du? Du kannst diese Karte verwenden Um ein beliebiges Ritual-Monster-Ritual-Beschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof zu bespüren Du musst zusätzlich Maschinen-Monster von deiner Hand oder Spielfeld als Tribut anbieten Darin gemeinsame ATK größer oder gleich den ATK des Ritual-Monsters sind Bitte was? Die Sterne sind egal? Es gibt um die ATK? Das du als Ritual-Beschwörung beschwören willst Falls diese Karte in deinem Friedhof befindet Du kannst ein Drytron-Monster wählen, das du kontrollierst Es verliert bis zum Ende des Spielzuges deines Gegners genau 1000 ATK Und falls du dies tust, füge diese Karte deiner Hand hinzu Du kannst diesen Effekt fahren Nur einmal pro Spiel zu verwenden Ich kann ja jetzt zweimal aktivieren, was zur Hölle Ähm, wie viel ATK hast du? 4000 Äh, so viel ATK habe ich nicht in der Hand Kann ich als Normalbeschwörung, wenn man untergesetzt werden muss Durch den Effekt von einer weiteren Karte als Spezialbeschwörung Okay, gilt das für alle von denen? Meteor ist Drytroid Ja genau, das ist die Karte dafür Äh, dein Gegner kann diese Karte nicht als Ziel für Monster-Effekte wählen Falls die Summe der Stufe der Monster, die für das Tribut, äh, dieser Karte verwendet wurden Zwei oder weniger ist Kann sie alle spezialbeschworenen Monster, die dein Gegner kontrolliert Je einmal angreifen Zwei oder weniger Interessant, also wenn man es hinbekommt, ein 4000 Monster mit nur zwei Sternen zu beschwören Ich meine, okay, das ist ziemlich krank, weil, like, was nimmst du dafür? Da musst du ja, keine Ahnung, Link-Monster oder Exit-Monster benutzen Weil ansonsten hast du ja gar nicht, kannst du ja gar nicht so wenig Sterne haben Und 4000 ATK erreichen Ende spielst du deines Gegnerschnelleffekte Du kannst Monster von deinem Friedhof verbannen Dein gemeinsamer ATK genau 2000 oder 4000 entsprechen Und dann für jede 2000 ATK, also meine offene Karte wählen, den Gegner kontrolliert Dass das alles so ATK-based ist, das ist irgendwie interessant Dein Gegner kann diese Karte nicht als Ziel für Nehmen wir einfach mal den da Hand oder Friedhof beschwören Hä? Warum kann ich die aktivieren? Der hat 4000 ATK 1800 plus 500 sind doch nicht 4000 ATK Warum kann ich das aktivieren? Du kannst diese Karte verwenden, um... Ich kann Benten beschwören Ich kann Benten mit White One beschwören Ah, das könnte ich tun Okay, beschwören wir erstmal den da Die ich auf den Friedhof schicken will Naja, eigentlich IFA Das ist die einzige Karte, die wenn sie auf den Friedhof geschickt will Mir jetzt direkt einen Vorteil gibt Oder, ich mein, was macht Benten, wenn ich den beschwöre, ist mal ganz ehrlich Erhöhe der Grund-ATK Erhöhe der Grund-Dev Das Monster ist im Friedhof zu Okay Okay, das ist wohl der Hauptgrund, warum die da... Keine Ahnung Ich verstehe nicht so ganz Der eine Pie Ich kann aber welche vom Extra-Deck auf den Friedhof schicken, aber... Ich habe jetzt nicht wirklich was mit Mega-Viel-ATK und Mega-Wenig-Stern Von dem her Ich denke mal, es macht am allermeisten Sinn, IFA auf den Friedhof zu schicken Damit dann ihr Friedhofseffekt aktiviert wird Deck auf die Hand nehmen willst Oh, ich kriege dadurch noch eine einzige War das jetzt vielleicht doch nicht so sinnvoll? Ja, keine Ahnung, beschwönen wir halt Benten Benten Eaktive mal Ritualheiligtum Hä? Ja, du kannst einen Zauber abwerfen Ich habe doch keinen Ähm, okay Warum kann ich dich gerade nicht zurückholen? Was genau brauche ich dafür? Achso, dafür brauche ich einen Dryton-Monster Achso, okay Dann machen wir das hier halt Achso, okay Dann machen wir das hier halt Ach, cool Linguished anima So Keine Ahnung Ob das auch nur ansatzweise schlau war Alles klar Er wirft einfach eine Karte ab Damit er den anderen beschworen darf Und dann zerstört er mir auch noch mein Bente Alles klar? Alles klar? Ähm, ähm Ja Ich erleide, glaube ich, keinen Schaden Richtig Ich bin, den Schaden Ich bin, den Schaden Und dann Ich bin, den Schaden Und dann was ist sonst videos effekte friethofs effekte i just got a friethofs effekte i just got a friethofs effekte so just alles klar alles klar ok zahlen so viel leben wie du willst jetzt holt er sich sogar wieder nochmal das monster was er wieder einfach beschwören kann was zur hölle was zur hölle man was ist denn das für ein deck was muss ich denn machen wie funktioniert das wie spielt man drytron vom grab gerufen ja ich rufe dich auf vom fucking grab der hat zumindest 2000 und ist stufe 1 was zur hölle ok jetzt schenke ich wie das funktioniert warte mal dein gegner kann diese karte ok un-targetable du kannst jeden der folgenden nur einmal pro spiel zu finden falls die summe der stufe zwei oder weniger war du kannst alle zaubern fallen kann zerstören du kannst warte falls diese also ok hatten wir kurschen effekt das hat der glaube ich ich nehme den ich denke ich mal dass der besser ist dann ach scheiße die ist die ist die ist die ist hart once per turn dein scheiß ernst das macht das ist jetzt aber ein problem das macht das wirklich ein problem naja ok ja gut ist vielleicht nicht ganz so schön ich aktiviere den effekt von denen bietet den als tribut an von meiner hand jetzt kann ich aber nur ritualen monster fehlen ok dann nehmen wir halt den dann mache ich es halt ein bisschen anders als ich es ursprünglich wollte aber egal der ist in verteidigung wir aktivieren das heiligtum und tun damit eine zauberkarte entfernen nämlich cybernetic notfall und geben uns drytron jetzt können wir diese karte aktivieren können das drytron monster im friedhof beschwören und nehmen wir das drytron monster auf unserer hand weglegen das ist ja zumindest ganz gut das ist ja zumindest ganz gut link 1 kann ich nur den oder den bauen wenn ein monster der eines gegners einen angriff degradiert du kannst es gerade als tribut anbieten ändere die artikel des monsts das des gegners bis zum ende des spiel zuges zu null warte mal schnell effekt aus ex ist das eine art schnell link verstehe ich das richtig kann ich den schnell linken ähm ok also ich greife jetzt mal an aufgegeben auf k ja shit alter ja shit alter ja shit alter jaja das die 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 Ah, und ich konnte nichts gegen aufgegeben machen Weil er aufgegeben in der Damage-Step aktiviert hat Und ich das in der Damage-Step nicht tätig Hallo? Ich habe mein komplettes Feld wieder ruiniert Wie soll ich denn jetzt wieder reinkommen, bitteschön? Ich kann kein Dwight von... Wie soll ich denn jetzt wieder reinkommen? Was für eine Karte soll ich denn jetzt bitteschön ziehen? Ja, genau Was für eine Karte soll ich denn jetzt bitteschön ziehen, die mich wieder zurück ins Spiel bringt? Also wirklich Mein Gott, Alter So ekelhaft, Alter Was soll denn der Scheiß? Er hat vom Grab gerufen, aber was soll ich denn vom Grab rufen? Ja gut, er hat die Karte schon gelöscht Sanboten Okay, das hätte ich nicht verhindern können, weil er noch zwei andere Sanboten im Friedhof hat Ja, das ist auch nicht wirklich, weil er eh noch mal einen weiteren drin hatte Wow Wow Was zur Hölle? Warum ist denn das so unbalanced? Ich beschwöre mir hier meinen fetten Dwight von und es ist ihm scheißegal, weil er einfach aufrichtig benutzt Und ich bin mir nicht einmal sicher, wie ich überhaupt in der Lage gewesen wäre, aufrichtig zu kontern Vielleicht, wenn ich Link Kuribu schon beschworen hätte, vielleicht hätte ich den dann nutzen können Aber sonst, habe ich ehrlich gesagt, gar keine Ahnung Wie ich auch richtig, bitteschön, hätte kontern sollen Äh, ich bin gerade mal am überlegen Ich kriege in dem Zug Dwight von, glaube ich, nicht beschworen Weil ich kriege nur ein Monster auf meine Hand Und alle diese Dwight von Monster müssen einen, brauchen ein Dwight von Sacrifice Damit sie beschworen werden können Und ja Das hilft mir also nicht so viel Wenn ich kein Dwight von Monster habe, was ich Sacrificen kann Also diese Form von pure Dwight von kommt mir echt gar nicht so stark vor Weil, like Ich kann die ja nur spielen, wenn ich einen Dwight von Monster auf der Hand habe Und ich kann mir nur eins suchen Das wäre nicht, wenn ich mit keinem starte Oder Ja, ne, obwohl Ich kann mir das Ritualmonster noch suchen, stimmt Stimmt, 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 stimmt Das kann ich tun Das würde reichen, wenn ich mir alle beide hole Okay Wir holen uns den einen Dwight von Ich hoffe, das funktioniert, wie ich es mir denke Dann aktiviere ich das hier Nutze den Effekt davon Schmeiße Harpien-Flederwisch weg Und suche mir den anderen Dwight von Dann kann ich das hier aktivieren Äh, der hat den Recursion-Effekt Ne, warte, der hat den Recursion-Effekt, oder? Falls dieser Ritualbeschwörung gerade zerstört wird, genau Und das steht hier nicht Also nehme ich den da Und sacrifice Den da, ja Gut, jetzt wollen wir einfach mal hoffen Bis zum Ende des Spielzugs seines Gegners Da ich jetzt gerade keine Ritualbeschwörung machen kann Lass ich es nochmal, weil Ich habe lieber einen mit 4000 Artikel da stehen Das einen mit 3000 Er konnte wirklich nichts machen Äh, das finde ich ja ganz nett Okay Ich beschwöre sie Aktiviere den Effekt Und meine Frage Gehst du nur bei offenen Karten? IFA Er muss zerstört werden Das würde sie dort nicht Das würde sie geopfert werden Wenn das war doch schon richtig schaden Wir sind alle wegen zwei Okay Also wenn ihr jetzt nichts Krankes zieht Könnte ich noch gewinnen Okay, ähm Ich kann das Monster Sacrifice-Ding glaube ich nicht nochmal machen Aber Das reicht nicht ganz aus Ich habe nicht ganz genug ATK Was ist das für Bantan? Dann hätte ich können würde Ich kann Bantan beschwören Komm, beschwören wir Bantan Ich aktiviere Triton Ritual Wenn ich den vom Friedhof beschwöre Dann Nein Dann muss ich ja den vom Feld nehmen Und den will ich ja nicht nehmen Also benutzen wir das hier Um Bantan zu beschwören Durchschlagenden Kampfschaden Vielleicht ist das sogar besser Mann, was macht der im Friedhof? Ah Und oder Friedhof? Achso Also ich kann ihn jetzt auch vom Friedhof beschwören Das war jetzt etwas unspektakulär Aber ich habe gewonnen Was ich zumindest ganz okay finde Mein Gott, Alter Also so viel länger gedauert Als ich es eigentlich erwartet hätte Aber ich glaube die beiden Runden Mit dem Eldlich Deck werden Nicht so lange dauern Also machen wir die jetzt noch hier Auch wenn das Video schon 40 Minuten lang ist, Mann Das ist alles, was du setzt Okay Dann muss ich mal schauen, dass ich Eldlich aufs Feld kriege Komm, aktivieren wir den noch Secufize mir noch drei Nehmen wir eben für den Formalans Ich glaube das ist gegen den Gegner besser Wir aktivieren Eldlich Äh Secufize Raigeki Dann aktivieren wir Eldlich Secufize Die fällt diese Karte hier Und damit einen Eldlich direkt Spezial zu beschwören Spezialbeschwörung zu beschwören Und mit dem Effekt des verfluchten Landes Im Friedhof Werfen wir einen von denen da rein Denk ich mal Wenn er Ritual vor Vorbereitung aktiviert Kann ich einfach Ashen Genau Das war mein Ziel Jetzt kann ich den nämlich weglegen Und kann hier gleich noch einen Eldlich beschwören Monju Nein Nein Manju Nein Nein Warte, war wie viel? Das reicht also so gar nicht. Okay, die beste war das aber nicht. So, holen wir einfach einen anderen Elbdich raus. So, beschmerren wir wieder Elbdich. So. So, okay. Okay. Genau den da. Um noch den letzten Elbdich zu besparen. Aktivieren wir das hier. Und besparen unseren letzten Elbdich. So, jetzt haben wir da noch ein Monster für später. Eigentlich kann ich einfach... Okay. Hat er jetzt meine Karte annoniert? Okay, ja gut. Dann zerstören wir den halt so. Das war nur eine Art Safety, um sicherzustellen, dass wenn es einen Effekt hat, der irgendwie relevant wäre, dass der nicht geschmückt wird. Aber... Gut. Hat er es ja sowieso nicht. Okay, Legacy Pickets. Und dann machen wir jetzt noch das hier. Warte mal, vorher geh ich noch mal kurz hier raus, weil... Obwohl mir geschafft schon vorher aufschauen durfte. Okay, machen wir das noch. Mit dem Elbdich-Deck. Entschuldigung, 15 Uhr, Alter. Naja, der Party dauert eigentlich auch viel zu lange. Ähm... Mach! 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 Mich stört es nicht, wenn du einfach mal einen Haufen Lebenspunkte verbrauchst. Ähm... Ich hätte jetzt erwartet, dass hier jetzt irgendwas reingeht. Also irgendeine Art von Beschwörung gemacht. Aber hat sie nicht getan? Was mich mega verwundert. Na komm, nehmen wir 6 Karten. Ich brauch ein Elbdich oder irgendwas in der Richtung. Ein Kaiju. Wow. Oh mein Gott. Dann krieg ich auf jeden Fall ein Elbdich. Es ist ja eh Wurscht, weil ich ihn nicht noch mal ziehen werde, bevor der Elbdich nicht auf dem Feld ist. Also von dem her... Es kann nur einen geben. Zwangsevakuierungsgerät. Äh... Infinite Impermanence. Elbdich. Und ich denke die Monster-Negation. Und ich denke die Monster-Negation. Okay. Okay. Erstmal... Es kann nur einen geben. Er hat sehr viele Monster, die alle vom selben Dingens sind. Also werden die jetzt definitiv alle verschwören. Und jetzt könnte es sein... Ja, jetzt fehlt ihm das Target für die Ritualbeschwörung. Das habe ich vermutet. Das habe ich vermutet. Das habe ich vermutet. Dass er auf der Hand nicht genug hat, um das Ritual-Monster zu beschwören. Möchtest du immer noch angreifen? Da kann ich dir wirklich gegen was machen. Von mir aus. Dann mach ihn halt kaputt. Ist nicht so, wie als kämen wir jetzt nicht sowieso gleich wieder. Ah, die Karte macht am meisten Sinn, weil sie halt noch einen Effekt im Graveyard drin hat. Och, da steck ich dir auch. Ja, dann passt das ja eigentlich. Dann kriege ich jetzt sowieso gleich wieder... ... eine neue. Und dazu kriege ich natürlich auch meinen Eldlich. Den goldenen Lord, wie man so schön sagt. So, da hat er jetzt 3.000 Schaden. Er lebt jetzt auch noch 3.500 ATK. Äh, ATK, Lebensmitte. Nicht ATK. Okay. Interesting. Okay. Ich weiß, wie ich mir jetzt mal auslegen. Das ist eine gute Frage. Oh, das ist ein Problem. Und ich habe das andere. Alle diese blanchi und klasse. Das ist einfach mal kurz. Ich sage, das ist einfach nur, was ich. Daher. Wenn ich persona nicht genauer. Ich sage, das ist zu sein. Das ist immer wie wirklich. Ich sage. Ich sage, das ist noch, was ich. Kann nicht mehr sein. Ich sage, die Pfeuerliche. Und ich sage, die nicht. Ich sage mich. Ich dachte, hier wurde im letzten Zug gesetzt. Naja, ich zerstöre erstmal einfach so seinen Monster. Okay, jetzt hat er nicht mehr wirklich Karten. Jetzt hat er noch drei Karten in der Hand, die er gezogen hat. Ah, mir macht das nicht so viel Sinn. Ich habe die Karte dadurch angebildet, dass ich endlich geopfert habe, aber like... Wieso? Ja, kreft doch damit an. Oh, hat er gar nicht. Oh, ich hätte es kann nur einen geben und zerstören sollen, weil ich so drüber nachdenke. Weil das ist ja doof, warum ich die anderen gar nicht beschwören kann. Oh mein Gott. Okay. Und go. Und er ist besiegt. Und damit würde ich sagen, ich werde ihn nicht vergessen. Und wir machen im nächsten Part weiter. Wahrscheinlich wieder irgendwo im Weltkelch. Weil die einzige Kampagne, die ich noch machen wollen würde, davor ist die hier. Aber da fehlt mir die Tür. Also machen wir wahrscheinlich... Äh, wir machen da wieder weiter. Bär nicht vergessen. Ciao. Ciao. Ciao.